Der hier hinten ist am Kochen. So. Der wundert sich auch nicht, wo seine Kollegen sind. Zaaack! Mit coolem Luftattentat hier. Ach du Scheiße, sind da viele. Ich könnte ja mal hier hochklettern. Ach, ich soll vielleicht über den Ast hier gehen. Das ist vielleicht eine Option hier, wenn ich da hochkomme. Zack. Ja, perfekt. Hat sich ja irgendwie keiner. So ein Mensch, der da einfach hängt. Ja, der Scharfschütze könnte ein Problem werden. So. Auch kein Ding natürlich eigentlich hier. Hätte ich auch einfacher ausmerzen können. So. Da habe ich sie wieder den Dschungel durchqueren. So. Habe ich hier ein bisschen gesäubert. Scheiße. Die sehen mich hier aber wahrscheinlich, oder? Ne, hier sehen sie mich sicher nicht. Vielleicht kann ich die von hier ausmerzen. Wunder, dass sie sie nicht sehen. Mit der Knarre oder so. Zumindest den großen schon mal. Okay, die großen sind echt richtig hartnäckig. Muss man echt richtig fett Headshots geben. So, das hat ja eigentlich ganz nett funktioniert auch. Die haben wir auch alle mit Schüssen ausgewehrt. So, irgendwie bin ich voll der Schießfreak geworden hier. Weil ich das jetzt sprieg. Hilfe! Sind das viele. Ach, du Scheiße. Wie soll ich denn das bitte schaffen? Wenn hier auch keine Deckung oder so ist, weißt du? Das ist ein bisschen scheiße ohne Deckung. Da oben ist ja auch schon die Fregatte. Äh, Fregatte, die Galleone. Die wir ja ausfüllen, die wir klauen wollen. Ich muss jetzt erst mal ein paar Leute hier markieren. Kommt jetzt hierher. Das wäre natürlich cool. Alter, sind es hier viele. Da kann ich mich auf keinen Fall auch überall durchmitzeln. Das heißt, ich versuche es wirklich mal auf den. Der ist natürlich taub auf beiden Ohren. So, okay. Den markiere ich mir auch mal. So, gut weiter vorgekämpft hier. Das könnte der da unten ein Problem werden. Aber wenn ich jetzt schieße, dann sind alle alarmiert. Das bringt mir auch nichts. Pau. Du musst den Typ aufspüren. Da muss ich erst mal durchkommen, Alter. Das hat ja sogar funktioniert. Der hat mich nicht gesehen, der da unten. Schräg. Achso, der steht da so im Graben. Okay, vielleicht kann ich dann den von hinten ausmerzen. Wenn die nicht schauen. Das ist halt leider noch einer. Aber den kann ich dann im Prinzip ausmerzen. Und den dann damit auch. Okay. Okay, was ist mit dem da unten? Der läuft immer da hin und her. Ich muss immer so ein bisschen die Laufwege von denen abpassen. So. Das war mal gut gemacht hier. Ich muss hier aufpassen, dass der da sein Laufweg wieder abläuft. Der da vorne. Der da. Dass der nicht gerade guckt, wenn ich den hier ummerze. Ach, da unten ist ja auch noch einer. Ach du lieber Gott, der könnte mich ja im Prinzip auch sehen. So, okay. Wahrscheinlich ist es vorgesehen, dass ich nach da vorne gehe. Und dann gleich unten rumschleiche. Der hat es nicht gesehen? Komm her, mein Freund. Gut. Langsam haben wir ein paar ausge... Jetzt hat der mich bemerkt. Ist ja unglaublich geile Scheiße, Alter. Jetzt wird einer nach dem anderen hier. Ausgemerzt. So. Okay, okay. E-Munition blündern. E. Also. Hier, E. Alter. E-Mu... E halten. Munition blündern. WTF, ich kann den nicht blündern. Wie buggy ist das denn, bitte? Im Prinzip, aber einen Schuss würde die jetzt alle aufwecken hier. Aber wie sollte ich sonst da hinbekommen? Vielleicht da oben rum. So. Okay, hier hinten rum kann ich es vielleicht schaffen. Okay, do, okay. Okay. Was machen wir da hinten? Okay. Er hatte mich kurz gesehen. Die Pfeife. Komm doch her, du Pfeife! Komm schon, er hört mich auch nicht, oder? Du Scheiße. Okay. Von da nach dort. Okay. Da hinten sind auch ein paar meine weitere Leute, die ich mal markieren könnte. Da unten ist auch einer. Gut. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht in den Sessenskrieg, wie ich dachte. Okay, do, okay. Dann hier lang. Ich laufe einfach den vorgesehenen Weg, dann passiert schon nichts. Jetzt da runter. Also wenn der... Komm schon, schaffst du. Ja. Kein Ding für den King, oder? Dort sind auch noch welche. So. Und dann könnte ich im Prinzip, wenn ich den da ausgemerzt habe, könnte ich im Prinzip mal eine Runde planschen gehen. Und dann da zum Schiff schwimmen. Da vorne auf dem Steg ist noch einer. Dann kann ich aber noch nicht markieren, mit Adlau, oder? Okay. Und der an dem übisch vorbeigelaufen ist, da muss ich da hin. Bei dramatischer Musik. Und zwar jetzt. So. Dann hole ich den mir gleich. Kann ich den jetzt wenigstens markieren, da hinten? Ich kriege den nicht markiert, ich glaube, ich spinne. Ja, komm her, mein Freund. Komm, wir gehen planschen. So, okay, okay. Der könnte echt ein Problem werden. Wenn ich es mir recht überlege. Vielleicht von da hinten dann ins Wasser geht. Durch der im Prinzip... Ach, da vorne ist auch noch einer. Oh Gott, so einfach ist das gar nicht. So, hier kann ich mich jetzt wenigstens relativ frei mal bewegen. Aber ich rechte trotzdem immer gerne in die Deckung. Ah, jetzt kann ich die beiden auch markieren. Sehr schön. Ehe untertauchen. Ich will mal tauchen hier. Dann kann ich mich vielleicht hier mal ranhängen. Und den vielleicht dann natzen. Je nachdem, wo der vor... von wo der kommt. Hilfe, ich fallen lasse. Okay, doch okay. Also, ich will... Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020